Ich dachte, du meinst jetzt den Typen aus... weißt nicht, ASF Movie oder den aus Fahler 3. Weil den aus Hell der Ringe... Nee, der ist ein Baum. Was ist da, gibt's denn? Außerdem ist das ein Ent und kein Baum, Mann. Ein Baum hörte. Ja, das ist schon er. Hey, der Aff hat schon wieder eine Quest. Ich will zum Affen. Den hab ich auch grad angeleckt. Jetzt, wo Bott seine Übertragungstechnologie zurückbekommen hat, wird bald ganz Metropolis ein Laun. So, ich hab auch schon wieder was für einen Top-Fan. Da versprechen wir dich zuerst. Gibt's einen prächtigen Top-Fan? Ich warte, das ist für uns ein Level, das wir nicht schaffen. Finden und besiege Kilowog in Metropolis. Okay. Noch was? Oh ja, Kilowog. Kilowog klingt aber nicht wirklich stark. Ah, ich könnte, der fickt uns. Jetzt war mehrfach. Hey, guck mal, ein grüner Laterne, Spaß nicht. Äh, gelber. Bin ich fast Frauenblick. Okay, Kilowog ist für Level 21. Normalerweise bräuchten wir ein menschliches Insekt wie dich. Aber das Green Lantern-Core hat einen Weg gefunden, unsere Ringe durcheinander zu bringen. Wir werden ihr Geheimnis schon aus ihnen rausprügeln. Bist du dabei oder nicht? Oder hast du etwa Angst? Wo bist du? Ich stehe bei dem Typen. In der Ecke. Da wo eben auch schon... Was denn? Was weißt du denn? Ich bin hier schon wieder seit Stunden am warten. Du könntest mir auch einfach sagen, dass du die Quest schon angenommen hast und dann... Irgendwas. Weiß ich nicht. Anus. So. Der sieht auch cool aus. Wie ne Schildkröte. Wenn das da auf hat. Äh. Okay. Dannau ist jetzt mein negóetin Ding nicht aktiviert. Was denn? Die Quest.... Schließe dich dem Sinestro Korps im kriegsgebiet an. A Ahh. So. Und wo ist das Kriegsgebiet an, denn es ist ja so richtig? Also, er ist weg. Sehr cool. Ah, gut dass ich fliegen kann. Fliegen ist Lane. Du bist auch leid, auch wenn du schneller bist als ich. Ich bin nur minimal schneller, dafür muss ich durch die Gegner rennen. Ich muss dafür ein bisschen drüber fliegen. Ich finde, fliegen ist halt irgendwie langweilig. Ja, es ist langweilig, aber es ist bequälen. Wenn man beim Prototype fliegen könnte, dann wäre das Spiel auch nicht so cool gewesen, wie wenn man Häuser so hoch rennt. Cool, ich bin im Haus drin. Was ist los? Was ist los, das Spiel? Was ist los? Ich will, dass du uns einträgst. Jetzt hast du was Screenshots? Keine Ahnung. Achso, F9. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Jetzt kann ich immer aus die Wand hochlaufen. Awesome! Sicher will ich durch dieselbe verwirrende Macht, die dich da reingebracht hat. Awesome, ich will hier raus. Hilf mir! Was soll ich dir denn helfen? Keine Ahnung. Ich gehe ins Kriegsgebiet. Lass mich davon irgendwie entficken. Alter, das ist ja immer das beschissenste Scheiß hier ever. Sony, was ist los? Könnt ihr gar nichts? Hey, das sind die Typen schon wieder, mit denen wir eben schon zusammengespielt haben. Wer geht jetzt mit dem Zusammenfügen der Konstrukte? Ja, und ich komme nicht aus dem Haus raus. Ach, armer kleiner Wölber. Du musst doch auch mal dein Haus verlassen. Das kann nicht ewig so weitergehen. Niemand mag Stubenhocker. Du bist doch selber die ganze Nacht nur im Dark Souls spielen. Genauso wie du. Ich habe es nur an, um X-File der Game schon zu fahren. Ach, natürlich. Deswegen hast du da auch so viele Stunden. Man ist einfach nur anders. Ja. Auf jeden Fall sind das viele von diesen dämmchen hässlichen Konstrukten. Das ist ja der Scheiß. Hm, ich vlog mal. Vielleicht spawnst du mich dann draußen. Aha. Hey, was denn? Ich mache eh nur noch 5 Minuten mit. Ah, halt. Gehe ich auf K. Was machst du denn? Kaffee. Was? Kaffee trinken? Ja. Kannst du nicht mehr ohne deinen Kaffee auskommen? Nein. Du kleiner Suchti, du. Du kommst zwar nicht ohne McDonalds aus und ohne Pizza und... Doch, ich brauche keinen. Also... Cool, ich komme hier nicht raus. Ich bin ja begeistert davon. Das mache ich jetzt so. Du könntest ja wenigstens mal herkommen und gucken, ob du mich von draußen siehst. Dann müssen wir erst noch eine Einladung wieder schicken. Ich muss das richtig machen. Du denkst du weißt, was Angst bedeutet? Dann kannst du noch einigen von unseren Neuen. Ich muss das richtig machen. So. Wehe, du bist ja nicht mehr in dem Haus, da. Ich bin hier drin, ja. Ich probiere gerade irgendwie mich durch die Wand zu gritschen. In Gashas wird das auch immer funktionieren. Ja, aber du kannst dich annehmen, dass jedes Game wie Gashas funktioniert. Ich bin ja auch reingekommen. Ja, reinkommen ist meistens nicht das Schwierige. Weißt du, du kommst auch leicht in den Knast rein. Raus kommst du wieder. Lästig. Also meiner Animation nach, vom Laufen, müsste ich eigentlich schon draußen sein. Aber irgendwie bin ich doch noch drin. Der läuft halt verkehrt rum an der Wand. Mit dem Kopf zuerst. Mit dem Kopf zuerst? Finde ich nice. In welchem World bist du denn überhaupt? Jetzt wirst du ja sehen, wenn du in der Nähe bist. Irgendwo in dem her steckst du. Ungefähr auf der Höhe. Ja, ich seh dich. Weil das Haus von innen keine Wände hat. Ist ja cool. Gucken kann ich meiner... Kann meine Kamera leider nicht in das Haus reindrehen. Ja und auch, jetzt seh ich sogar deinen Namens-Tag. Kurz. Cool. Im Haus. Ist die Frage, wie komm ich jetzt wieder hier raus? Hm. Ist eine gute Frage. Fragen wir doch unsere Zuschauer. Oder beziehungsweise... Lieber Mr. Megusta. Ja, ist egal. Bis dahin werden wir auch nichts mehr aufnehmen. Von dem Zeug. Sehr gerne, Mr. Megusta. Was können wir tun, dann müssen wir ihn da rauskriegen. Antworte jetzt. Ja, antworte sofort. Heute ist der... Was ist heute schon Datum? Der 9. Der 9. Der 9. Der 9. Der 1. 23. 25. Und wir warten bis 23.30 Uhr die Antwortspiel. Ja. Eher werden wir nicht aufhören zu spielen. Ich nenne es ja jetzt nicht mal mehr spielen. Ich meine... Keine Ahnung, wo ich reingerutscht bin hier. Aber... Es ist nur eine Zwischenwelt, die von Bisao... ...gedacht wurde. Ich weiß nicht. Ich würde auch gerne in das Haus rein. Wir müssen da rein. Wirst du einfach dagegen gelaufen, oder? Ich bin ganz normal mit meiner Superkraft auf das Haus zugelaufen. Und auf einmal war ich drin. Hm. Vielleicht wenn ich mir ganz doll Mühe gebe, komme ich da auch irgendwie rein. Wenn ich zusammen in dem Haus abhänge. Aber das ist unsere kleine Bude. Ja. Wenn ich von Weitem gucke, sieht es ja schon aus, als wenn du mehr drin bist. Es ist halt, als wenn das Haus gar nicht existiert. Ich bin einfach auf so einem schwarzen Quadrat. Und sehe Bäume. Und dergleichen. Hm. Also... Ich bin jetzt auch drin. Natürlich bin ich. Bist auch drin? Awesome! Aber ich glaube, ich kann raus. Nee, ich kann nicht raus. Ja, das ist jetzt... Nehmen wir erstmal 100 Part so auf. Äh, yo. Weiß nicht, vielleicht kann ich direkt nach oben entkommen. Nee, ich kann nicht nach oben entkommen. Das ist krass. Ja, das habe ich ja auch schon probiert. Aber ich komme irgendwie oben an so eine unsichtbare Wand nicht weiter. Warte. Ich werde jetzt mal den Gotham-Schlüssel benutzen. Oh, wie das geht. Hm. Ich habe es benutzt. Und es hat nichts gemacht. Cool. Cool. Äh. Aber gibt es nicht in solchen Fällen immer so ein Notfall-Teleport oder sowas? Ach nee, warte. Ich kann es jetzt erst benutzen. Keine Ahnung. Ich habe gerade auch... Doch, Tatsache. Es funktioniert. Haha. Ja, das ist ja... Ich glaube, du kannst traden. Dann müsstest du mir sowas geben. Oder... Ich guck mal kurz in den Menüs, ob es da irgendwas gibt. Ähm. Ja, das ist ein Button Hilfe. Wenn ich da aufklicke, dann komme ich schon irgendeine Scheiße. Ah, wo gab es denn diesen Gotham City-Schlüssel? Gucken wir mal hier irgendwo kaufen. Ach, da oben gibt es so ein Button zum Hauptquartier. Äh, zum Checkpunkt. Wenn es wirklich zum nächsten Checkpunkt ging, ja. Ja. Awesome. Ich bin draußen. So einfach sieht das. Cool gemacht. Mhm. So, dann müssen wir es dann für heute belassen. Ja, ich will nur kurz gucken, wie ich die Markierungen hier wieder wegkriege auf meiner Map. Ah, so. Gut. Ne, jetzt habe ich die hier hingesetzt. Was ist das denn für eine Scheiße? Affekt. Ah. Verdammt, ich bin jetzt wieder in Gotham. Scheiße. Haha. Ich bin immerhin noch hier. Super. Ja, denn... Ich weiß nicht mehr, wo das Haus war, aber wir sollten das vielleicht meiden. Naja, egal. War ein Vieh. Es war ein Mysteriös. Und jetzt nicht auf die nette Weise. Ähh. Soll ich noch zu dir kommen, oder wollen wir einfach zu deinem Partner? Ja, komm einfach mal nachher. Es ist besser, als wir das nächste Mal wieder anfangen. Naja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Oh, wie komme ich hier denn hier nach? Fuckin' Metropolis. Uah, falsche Klassen. Ist das ein Phasenwechsel? Den will ich nicht. Phasenwechsel aber gut. Ich weiß nur noch. Metropolis. Metropolis? Ist das hier Metropolis? Ja, es ist zumindest Scheinertown. Ja, Scheinertown ist gut. Ich erinnere mich, dass Scheinertown gar nicht so schlechte Musik hatte. So, GTA-Musik. So, GTA-Musik. Irgendwie hat hier alles gerade irgendwie. Bühne Musik. So, wie viel Mühe? Bitte töte mich nicht. Ich bin nicht soo-o... Ah, okay. Hau-ja-hau-ja-hau-ja-hau-ja-hau-ja-hau-ja-hau-ja-hau-ja-hau-ja. Mühe! Warte, du bist der Arsch weit weg. Ne, ich bin der Arsch weit weg. Ich bewege mich an sich auf dich zu. Gucken wir, da ist so ein Turm, der aussieht wie Rainyaks Penis. Müssen nicht sogar unser Einsatzgebiet irgendwo in der Mitte sein? Nö. Nö, das ist noch weiter weg. Ja, das ist ganz rechts. Super. Ich hab so ein bisschen Angst, dass ich wieder in so einem Haus verschwinde. Berechtigt. Ich will jetzt an dem Ding hier was aussieht wie Rainyaks Pimmeln. Irgendwie so... Rainyaks Pimmeln. So ein Kraftfeld-Dingens. Äh, da hinten? Scheiße. Ist ja wohl ein Superspot ausgesucht. Ja, da unten ist ein Swimmingpool. Da können wir auch unten in das Wasser gehen. Das ist auch schön. Ich überfliege jetzt gerade den Park. Ja, dann treffen wir uns da an dem Wasser. In dem See. Oder bei der Statue. Die Statue da ist verlieblich. Statue, Statue, Statue. Supermensch, Statue. Können wir die vor kurz gehen? Nein, hier. Warte, Statue. Da, wo ich bin. Ich stehe genau davor. Ich bin ein Stück neben dir. Wow, der ist hier fast nackt. Ja. Oh, ich hab sogar eine Heldenthal dafür gekriegt. Ja, die hatte ich schon. Dann lese ich noch hier. Was für coole Informationen. Zum Supermengel. Hat aber irgendwie so eine schlechte Textur auf dem Kopf. Ja. Hey, ich hab was dafür gekriegt. So. Oh, da wäre beinahe was dafür gekriegt. Gruppenbeutel. Inversion der Marsianer Gedenktarte. Cool. Will ich haben. Yay. So. Komm auf seinen Kopf. Wir treffen uns auf Supermans Kopf. Die Haare sind irgendwie verkacke. Er hat da so eine Kante drin in der Mitte. Können wir nicht tiebacken hier? Ja, sicher. Dann rutscht runter. Ja, ein bisschen. Uncool. Weniger Wachs. Ja, dann würde ich sagen. War wieder eine super Aufnahme. Beim nächsten Mal geht es dann Super-Arsen mit Michaels weiter. Mit noch mehr fetter Party und weniger im Haus gestacken. Und auch deine Flammescheiß zu spammen. Das nervt. Kannst du noch irgendwas sagen? Hm. Bratensauce. Finde ich gut. In diesem Sinne. Bratensauce.